Hier ist es natürlich nicht ganz einfach Profi zu werden, aber ich glaube, wenn man die Einstellung hat, die mitbringt und natürlich auch ein gewisses Talent, ist mit Sicherheit eine Chance da. Ich habe es mir mal so vorgestellt, wenn ich jetzt 15, 16 war und war ein riesen Talent und dann kam vielleicht eine Freundin ins Spiel und die mich dann ein bisschen von dem Weg abgebracht hat, die jetzt zwei Jahre Schluss gemacht hat und dann entdecke ich doch den Fußball vielleicht wieder mehr in meinem Vordergrund, kann es mit Sicherheit noch was werden. Warum nicht? Ja, es waren schon drei, vier Jungs da, der eine hat hier und da seine Stärken gehabt, aber am Ende muss man dann sehen, wenn natürlich auch jetzt die anderen Jungs noch kommen aus Berlin, Bochum und wenn man sich schon in Leipzig, sag ich mal, trifft in circa 14 Tagen, ist natürlich noch mal eine andere Hausnummer und dann muss man sehen, was von denen natürlich dann den Sprung in die Akademie schaffen. Also von daher kann ich immer nur sagen, Jungs, die trainierbar sind, die das aufsaugen, was die Trainer sagen, haben dann mit Sicherheit immer eine riesen Chance und ich denke mal für Nike ist das natürlich eine riesen Sache, wenn dann, sag ich mal, der ein oder andere wirklich mal da reinschnuppert, ich denke, es ist eine gute Aktion, ja. Meine Damen, deine